Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute im Test die Flashbang von Veko Feuerwerk. Auch bekannt unter dem Namen Fleshing Sander. Und ja, das ist eine neue aus 2015 bei Lidl. Und wir schauen einfach mal rein. Zehn Stück sind hier in der Schachtel enthalten. Schauen wir mal was hier so drauf steht. NEM ca. 18 Gramm. Schauen wir mal rein. So. So sehen die Teile aus. Und die sind tatsächlich wirklich nicht groß. Ja, hier so mit einem runden Standfuß. Eine NEM von ca. 1,8 Gramm. Und hier mal im Vergleich ein D-Böller von Keller. Auch schon etwas älter, aber der D-Böller ist tatsächlich größer als der Flashbang von Veko. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was aus diesen kleinen Teilen da rauskommt. Und dann würde ich sagen, wir testen einfach mal ein paar. Ich bin gespannt. Viel Spaß! Ich bin gespannt. So, und jetzt nochmal drei Flashbang im Dunkeln. Echt geil anzusehen. Weiter geht's. Und noch einen dritten. Also Leute, überraschend gut die Flashbangs. Echt geil. Echt geil. Und noch einen dritten. Und noch einen dritten. Und noch einen dritten. Und noch einen dritten. Und noch einen dritten.